Wir haben uns jetzt den wohl schönsten Platz in Bremerhaven ausgesucht. Auf einer etwa 90 Meter hohen Aussichtsplattform haben wir alles bestens im Blick. Insbesondere den Hafen, um den geht es nämlich jetzt. Er ist unverzichtbar für die Wirtschaft der Stadt, aber fürs Klima ist er eine große Belastung. Wie natürlich alle anderen Häfen auch. Aber dieser Hafen jetzt soll ein grüner Hafen werden. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Uwe von Wagen sprechen, von der Managementgesellschaft des Hafens Bremenports. Was steckt hinter der Version grüner Hafen? Wie ist Ihre Klimaschutzstrategie? Ja, also als Vision würde ich das schon gar nicht mehr bezeichnen. Dieser Hafen ist real. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie unter dem Label Greenports in 2008 herausgebracht. Und seitdem sind wir vor allen Dingen auch im Klimaschutz sehr aktiv. Wir waren in 2008 in Rotterdam und haben die Worldports Climate Declaration unterzeichnet. Eine Erklärung, die 55 Häfen weltweit zum Klimaschutz verpflichtet. Und in der Folgezeit haben wir dann viele Initiativen ergriffen. Das heißt, wie können Sie Ihren CO2-Ausstoß reduzieren? Naja, zunächst mal muss man im eigenen Handeln schauen, wie können wir die Energieverbräuche reduzieren. Da ist unser Fuhrparkmanagement zu nennen. Da stellen wir auch verbrauchsarme Fahrzeuge um. Dann haben wir auf Ökostrom umgestellt, wo immer möglich. Wir sind jetzt schon bei fast 90 Prozent Ökostrom in unseren Hafenanlagen. Und daneben haben wir auch eigene Solarenergieanlagen. Und wenn man sich jetzt allein mal anschaut, was wir als Hafenmanagement erreicht haben, dann sind das von eigentlich 6.000 Tonnen jährlichem CO2-Ausstoß, haben wir eine Halbierung möglich gemacht. Und eine Halbierung, das müssten uns viele andere erst einmal nachmachen. Der grüne Hafen ist also auch schon real. Für den Hafenausbau wurde ja massiv in die Natur eingegriffen. Sie setzen da auf eine Art Wiedergutmachung. Was verstehe ich darunter? Ja, dass wir nicht nur Umwelt zerstören und der Natur die Lebensräume nehmen, sondern dass wir der Natur die verlorengegangenen Lebensräume auch zurückgeben. Das ist sehr umfänglich auf der Luneplate geschehen. Da sind alleine 1.000 Hektar Naturschutzflächen entwickelt worden. Und das ist etwas, wo wir sozusagen nicht nur befestigte Umschlagsflächen haben, sondern wir eben auch Ökoflächen in unseren Flächenbestand aufgenommen haben. Wir haben heute 30 Prozent Naturschutzflächen in unserem Gesamtflächenbestand. Stichwort Luneplate. Dort waren wir schon und zeigen wir Ihnen mal, wer da alles so lebt jetzt. Das ist Valentino und er hat einen wirklich wichtigen Job hier auf der Luneplate. Und was er genau machen muss, das sagt mir jetzt Heine Runge. Valentino arbeitet im Auftrag des Naturschutzes. Was muss er genau machen? Ja, der soll sich hier vermehren natürlich und soll die Fläche pflegen. Das sind, denke ich mal, 40 Hektar, die diese sieben Tiere also ganz wunderbar für den Naturschutz pflegen. Damit das immer schön kurzrasig ist und unsere Vögel, unsere Gäste im Winter hier landen und auch wieder aufsteigen können. Und dafür sorgen diese Wasserbüffel. Inwieweit ist denn diese Ausgleichsfläche jetzt schon ein Erfolg? Ja, wir haben, wo wir damit angefangen sind, schätzungsweise vor 15 Jahren, haben wir hier einige Brutvögel gehabt. Wir hatten 20 Paare Kiebitze, da haben wir jetzt über 60 Paare. Wir haben hier eine Gänse. Manchmal im Winter sind hier mehr als 20.000 Gänse auf dieser Fläche hier. Die sind Gäste, die erholen sich hier, fressen sich hier satt und fliegen dann in den sonnigen Süden weiter, während wir denn mit den Büffeln hierbleiben müssen. Und was ist genau Ihre Aufgabe? Ja, das ist die Pflege und Entwicklung dieser Kompensationsflächen. Die Fläche, die ist ja mal planfestgestellt worden für den Container Terminal 4 in Bremerhaven. Und da sind einige Auflagen drauf gewesen. Und eine Auflage davon ist eben halt, die Pflege und Entwicklung dieser Flächen sicherzustellen. Und das machen wir eben halt mit den Wasserbüffeln. Wir hätten das auch mit hiesigen, schwarzbunten Rindern machen können. Nur die müssen im Winter auf den Stall. Und wir können mit den Wasserbüffeln, man sieht ja, was der Valentino jetzt für ein Fell, für ein Gewicht hat. Das können wir also sicherstellen, dass die auch im Winter draußen bleiben können. Wir machen eine ganze Jahresbeweidung mit diesen Tieren, was mit unseren hiesigen, schwarzbunten nicht hinzukriegen wäre. Und wie ist das mit Methanausstoß? Bei Rindern kennt man das. Wie ist das bei Wasserbüffeln? Ist jetzt nicht besonders klimafreundlich? Wenn ich denn mal hier bin und dann höre ich und horre ich, aber ich höre doch nichts. Nee, das ist, denke ich mal, ganz normal. Und die ernähren sich ja, das ist ja kein Intensivsfutter. Das ist ja kein Silo, keine Silage. Die brauchen ja auch gar nicht die Nährstoffe, die eben unsere Rinder brauchen, die ja 10.000 Liter Milch im Jahr geben. 10.000 Liter, das sind aber 10.000 kleine Liter Pakete müssen die an Milch geben. Und die brauchen das ja hier nicht. Die haben, wenn es hochkommt, haben sie einen Kalb bei Fuß. Und das muss natürlich ernährt werden, aber dafür reicht dieses Raufutter gut und gerne aus. Also ich denke mal, in diesem Futter steckt kein Methan mehr drin, glaube ich nicht. Vielen Dank. Und eine Frage noch an Herr von Bargen. Ihr Ziel, grüner Hafen, stehen Sie denn mit diesem Ziel alleine da oder kooperieren Sie da mit nationalen oder internationalen Häfen? Ja, mit dieser Strategie stehen wir nicht alleine. Es gibt international auch Vorbilder wie der Hafen von Los Angeles, der Hafen von Long Beach, der Hafen von Sydney. In Europa am ehesten auch Valencia zu nennen. Große Fortschritte haben sicherlich auch Rotterdam und Antwerpen vorzuweisen. Und in Deutschland am ehesten gibt es natürlich Beispiele auch in Hamburg. Und auch die Endports ist in diesem Weg eingetreten. Verfolgt also auch eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Und wir verabschieden uns jetzt aus Bremerhaven.